Das nicht ein heftiges Video ist grad, ne? Ja, äh, ich werd grad von 5 Cops, irgendwie die 5 Cops machen mit mir grad ne Rennen. Ja, mein Auto ist gleich schrottig, ich geh lieber raus hier. Moritz, die lassen mich hier nicht mehr raus. Ja, ey, wer wird hier nicht raus gelassen von uns? Halt die! Ja, ich! Keiner will denen helfen, ist das nicht ein bisschen beleidigt grad für die Polizei? Alter, die kriegt mich gar nicht! Oh ne, jetzt kommt, jetzt kommt noch Helikopter Boris. Ja, während dem mach ich, muss ich erst mal flüchten, ne? Au! Au! Mein Pferd, er will ausgehen! Ja, er will mehr, er will mehr sehen von mir, okay! Okay, komm, fahr mir hinterher! Willst mehr sehen? Ja, jetzt kommen noch Stachel fallen, ey, ist das euer Ernst? Ich wusste noch nie, dass die Polizei so psychopathisch wird. Oh! Aber dumm ist sie leider auch. Du meinst mit den SWOT-Autos? Die wollen, dass ich rechts ran halte. Sollte ich rechts anhalten? Moritz? Äh, ich brauch mal kurz Hilfe! Ich habe erinnert mit vorne. Aufgerüstete Einheiten sind auf dem Weg. Ah, fuck! Mach den Weg frei, damit ich meinen verdammten Job erledigen kann! Moritz, wie läuft es bei dir? Ich werde hier nicht los! Was? Gerade, äh, ist das 3. Und wir sind jetzt schon heftig! Matthias! Ja, gut! Moritz, ich triffte viel zu viel für die Polizei, fällt mir gerade auf! Die sind gerade alle ineinander gerast! Ah! Au! Wohin ist ich gerade gerade gedonnert? ...weil genug vom Länder entfernt. Wenn ich dir sage, du sollst das tun, dann kannst du das gefährlich. Ich wusste ja, dass wir andere nicht so gut sind wie ich, aber mal ernsthaft, könnt ihr mir bitte richtig Unterstützung schicken? Die sind gerade keine Leute und Einheit rauschicken. Digga, wer von euch wird gerade gedonnert, nicht dir? Digga, wer von euch Huren so in Atmen im Plattengear reingesetzt? Nein! Moritz, ich krieg gerade ein bisschen Angst, ich werde jetzt auch von dem Helikopter gehackt. Ja, da bin ich gleich! Und zwar habe ich einen Platten, ihr Wichser, aber ihr werdet mich nicht kriegen! Zug, geh mich nicht auf! Komm schon, Auto. Ja, okay. Mann, ey! Fick dich! Jetzt habe ich mein Auto verloren, oder? Bis aufs Ende lief es doch eigentlich ganz gut. Oh! Ey, ich will wissen, was passiert ab Stufe 6! Können wir das mal herausführen, Moritz? Mann, der Wagen war echt ganz schön hinüber. Jetzt ist er so gut wie neu. Nein! Ach komm, lass mal versuchen. Einmal. Warte mal, automatisch? Ich glaube, die habe ich sogar. Antrieb war das, ne? Ja, ich habe die. Ich mache mich schon mal bereit, ne? Also, wenn das jetzt nicht heftig gleich wird, oder? Wird es heftig? Ich bin schon bereit, ne? Wieso? Gucken, ob wir das überhaupt schaffen, ist die andere Frage, ne? Wir werden sowas von festgenommen. Ich stehe direkt vor dem... hier Dings, ne? Moritz macht sich schon mal bereit, die Polizei zu erden. Wir werden sowas von rein scheißen, ne? Mal kurz diese schöne Gefühle, die Nase zu putzen. nicht möglich. So, ich warte ganz Zeit, ne? hat dein spiel verlor also wieso sind da im moment zu viele nachts unterwegs nie vor speed aber nie so viele in elgen die spieler sind überall außer in elgen das sind ausgerechnet keine einzigen bastarde darf man das zu sagen ja fick dich doch mal gucken ob wir überhaupt mal versuchen ohne auto zu zerstören um 22 uhr wollte ich eigentlich ausmachen aber jetzt will ich erst mal die studie 5 erreichen wenn wir die denn alle in den kreis also in diese kreis arena bringen und dann einfach im kreis ein bisschen fahren und dann raus ich weiß weil danach diese sportwagen kommen und diese sportwagen meint es bisschen mehr als die komplett alleine wer das gleich her werte heftig kann ich glauben dass es heftig wird ja seit ich bin vor allem auf klo ich glaube schon ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 morris geht es jetzt ab kommst du aus der garage ich stehe schon mal vor der garage wir werden jetzt festgenommen ja 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 vor dir 239 120 die armbots tun mir jetzt schon leid sei denn die flücklichen greifen raus das wäre witzig kann eben passieren habe ich ja gesehen als sie den polizisten geradet hast und ich auch noch mal ist ein reif einfach weggeflogen ja dieser polizist mir so leid ja kennst du das bloß das witzige ist mein auto ist auch nicht so schnell auf 100 km gegangen hast du es auch gesehen direkt direkt am anfang war ich super schnell hast du es gesehen unsere autos werden besser kann das sein pass auf irgendwo ist die polizei bei dir das ding ist wir müssen die die heilung gut aufbewahren oder ich bin gerade so gar nicht auf fort gewesen kurz ganz kurz bisschen polizei ärgern geht immer oder ja vergessen wie lange diese ich habe komischerweise habe ich vergessen wie lange diese schon gefälscht diese strecke ist ich bis jetzt noch nicht warte mal ist hier unter bei der brücke hey jetzt wollen wir es mehr polizei suchen oder boah wir haben neue bessere ähm for speed auf der brücke wo ist ich habe ein ich habe ein ich habe ein ich sehe dich was ist das denn da gerade geworden wo ist was machen wir hier ja aber woher wisst ihr eigentlich was mein auto ist tut mir leid also ganz ehrlich ich wollte es eigentlich grad gar nicht machen hallo wo ist er ja weil du auf der brücke bist wo ich jetzt das ist andersherum jetzt will ich auf der brücke wo ist immer gas auf wie ein kommen das wollen wir ja nicht ich weiß jetzt warum du auf der brücke gekommen bist guckst dir selbst an das ist eine traurigste polizistin ich jemals gesehen habe immer neben gar nicht mal rückwärts war das karte sehr hoch von mir wo ist die gas die gas die konnten die uns jetzt konnten wir den erwischen die und 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 Ah, Brücke im Rös, ääähm. Das ist so f***ig. Ich so, äähm, Brücke, äähm, ja. Wir haben niemanden mehr die für euch schicken können. Ääh, ja. Das war so peinlich gerade. Ich muss zugeben, das war wirklich gerade arschpeilig. Moritz, siehst du das auf der Karte? Sie kommen. Ah, sie sind da. Ja, ich f*** mal ein bisschen mit dem Kreis. Moritz, die krege ich mich nicht mal. Digga, das ist so traurig von der Polizei gerade, oder? Ich kann die ganze Nacht so weitermachen. Aber er kann die ganze Nacht so weitermachen, hat er gesagt. Ja, da ist Tagstelle, da ist Tagstelle, los! Ja, fahr doch einfach durch die Tagstelle. Ja, es ist gerade wieder so ein bisschen Eskalation. Dabei ist es erst Stufe 2. Sehen Krallen voll in Need for Speed. Das Witzige ist, in GTA 5 bin ich da rein gewohnt. Na, aber nicht in Need for Speed. Was denkst du, was ich hier mache? Moritz, ich habe noch einen weiteren Korb. Du willst mein Wagen zu Schrott fahren? Dann krieg mich doch erstmal, du Lappen! Ja, nein, ich auch! Ob der mich jetzt kriegt, der eine, der mich Schrott machen will? Ob der mich kriegt? Ja, Moritz, ich fahr zu dir! Moritz, ich denke, du rammst sie, oder? Moritz, ich habe auch einen kaputt gemacht. Ich auch nicht! Ja? Mein Auto, ich muss zur Tankstelle schnell! Alter, du hast uns beide einfach hier reingequält, hast du es gerade gesehen? Ich bringe diese Vermorgen jetzt auf die nächste Stunde! Ah, ich habe beide gerammt! Hopp! Hey, versuch nicht über die Neumelbänder zu fahren, die wir gerade aufziehen, ok? Ja, ich bin hier gerade beschäftigt! Moritz, ich bin hier gerade mega beschäftigt! Gebt Gas, gib erstmal Gas, ich komme! Fahr vor mir, fahr vor mir! Was witzig ist, ich konnte den einen noch, der eine hat mich noch gerammt, bevor ich den noch in den Schriftdinger reingehe! Das Problem ist, ist die Zielstufe 4 jetzt! Ah, ich vor mir! Ich vor mir! Warte, 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 ich ziehe die mich jetzt die ganze Zeit jagt! Die würden rennen mit mir, oder wie? Hallo! Kann sein, dass ihr zwei Korbets sind?! 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 Alter! Wieso sind ihr zwei Korbets?! Moritz, ich brauche mal hier Hilfe! Ich konnte es noch, ich konnte es noch schaffen! Ja, habe ich gesehen, eine Korbets verfolgt mich! Moritz, die zerstört sich eigentlich die ganze Zeit selber, ist es dir auch schon aufgefallen? Alter! Was zum Fick?! Hast du es gerade gesehen?! Ich habe gerade einen Polizeiwagen zu fliegen gebracht! Wir sind schon Stufe 5! Ja! Tschüss, ich bin zu schnell! Ihr kriegt mich nicht! Nein! Ich bin raus! Nein! Ich bin raus! Nein! Nein! Mein Wagen ist zu schwer, die wir hier! What the fuck?! What?! What?! Moritz? Wir sind jetzt bereit, dieser Verordnung ein Ende zu machen! Wow! Jetzt hat's... Oh! Mein Auto ist kurz ausgegangen! Ich entkomme! Oh! Ich entkomme! Oh! Ihr kriegt mich nicht! Ihr Schweine! Moritz? Ja, wo bist du? Ja, ich habe gerade mehr Probleme als du gerade! Oh! 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 Ja, aber wer ist vom Helikopter gejagt?! Und hast zwei Sportwagen auf... Null Dollar und Null Cent oder wie?! Au au au! Boris, ich werde von 4 Cops erfolgt. Bitte, habe ich gern gemacht. Ach echt? Ich werde vom fucking Korvenz gejagt! Nein, nein! Wir haben jetzt das Zielfahrzeug. Wow! Ich muss irgendwie hier rauskommen. Bitte sofort die Crew hier raus! Hochgerüstete Schreibpladen beginnt im Einsatz. Viel Spaß dort raus! Aufgepasst, Leute! Ich habe gerade gesehen, wie ein Polizeiwagen einfach gerade übel ist. Wie immer das Stopschild von der Tankstelle rüber geflogen ist. Ja! Ich habe so völlig gesehen! Nein! Wenn ich schon drauf gehe, dann gehe ich so drauf! Ehrenvoll! Ich bin im Wasser geladet, da kriegt der mich niemals, oder? Wir haben nämlich im Wasser gekriegt. Moritz? Moritz? Moritz, wenn ich dir dieses Video nachher schicke, ne? Alles repariert! Oh! Dann seht! Dann weißt du, warum das so heftig gerade war! Der ist einfach gerade rüber geflogen! Jetzt wäre das gar nichts! Was? Das witzige ist, ich habe nochmal... Machen wir das jetzt nochmal, oder? Oh! Ich glaube, das reicht mir!